Hallo, Freunde. Hi. Willkommen zurück zu einem Ründchen Minecraft. Diesmal heute wieder aus meiner Sicht. Jo. Jo. Ja, ich war dabei, das Feld hier zu machen und hatte mich ja gewundert, warum darauf nichts wächst. Und wir haben es dann nach der letzten Aufnahme herausgefunden. Da hatten wir die Aufnahme schon beendet. Manchmal ist ja nichts kaputt, man ist halt nur zu blöd, ne? Genau. Als bekanntes Problem. Und zwar muss ich natürlich auch, obwohl das die coolen Felder sind hier, ne? Die, die nicht verwelken und so, wo man drauf rumhüpfen kann und so, zack, 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 ohne dass die, da passiert nichts. Die muss ich trotzdem vorher pflügen. Und dann wachsen die Sachen darauf auch. Also machen wir das mal, ne? Richtig. Ich hab dir mal wieder was in den Kompost hier. Das ist gut. Und dann müssen wir gleich eigentlich, ja, eigentlich auch mal gucken, wie wir das Haus weiterbauen, ne? Ja. Ja, ich muss noch das Dach mit dem zweiten Geschoss draufbauen und dann geht's an die Inneneinsatz. Genau, dann können wir uns überlegen, wo wir welche Räume haben wollen. Ja, und aufs Dach halt noch. Genau. Dann muss ich zum Schluss noch das Dach anordnen. Ja. Also ich bin ja Fan von Giebeldächern, ne? Also Flachdächer finde ich mal doof. Flachdächer finde ich nicht schön. Ne, ist korrekt. So. So. Dann haben wir vier Karotten. Ah, und man sieht's, jetzt wächst es hier auch schon. Zack. Da, Carrots grow. Perfekt. So hab ich mir das vorgestellt. So, eine, äh, was ist das? Eine Erdbeere, da muss ich, glaub ich, genau, das draus machen. Ich weiß, wie viele Bäume da wachsen würden, wenn du die Blätter einfach runterfallen lassen würdest. Ja, ne? Also einfach so lassen würdest, da muss man echt aufpassen. Okay, das sind Bohnen, da muss ich auch erstmal wieder Bohnensamen draus machen. Kann ich dann dahin machen? Haha, du scheiß Grille, du kannst gerne auf meinem Bett rumhüppen, das macht mir nix. Haha. Warten. So, was ist das? Das machen wir mal dahin. Okay, und Bellpepper. Bellpeppers sind übrigens, äh, ähm, äh, Paprika. Kurkumbar. Kann ich die so einpflanzen, oder muss ich da? Ne, da mach ich auch mal Seeds draus. Gut. Kurkumbar und Spinat. So. Oh, ist dunkel. Machen wir hier eine Reihe hin. Und den Spinat machen wir dann hier unten hin. Da. Gut. Da. Dann nehmen wir mal Licht. So. Irgendwie kann man ja, man kann ja eine Fackel in die Hand nehmen, dann hat man ja Licht. Ja, aber wie, wie war das? Ich kann ja jetzt auch in zwei hin, oder geht das in der siebener Version mit live in der Wurzeln? Äh, ne, das geht in der noch nicht. Das geht erst in der, äh, neuner geht das, ne? Ach, verdammt. So, Potato, was haben wir hier? Ich brauche eigentlich ne Achse. Okay. Die jetzt auch noch gleich im Arsch ist, natürlich. Machen wir die erstmal hier hin, so. Jawohl, das war's. Das ist natürlich doof. Lass uns schlafen gehen. Ja, alles klar. So, erstmal hier ist kunterbunt das Feld erstmal, aber die werden noch sortiert, sobald hier das zweite Feld ist und ich hier das komplett machen kann, hier werden die sortiert. Wenn ihr wieder da bist, sagt Bescheid, dann gehen wir schlafen. Ja, ich muss aus dem Baum raus, irgendwie. Am besten nicht fallen, wenn's geht. Ich lasse noch ein zweites Kreuz von mir auf dem Berg haben. Ja, das eine steht da oben noch, ne? Ja, aber es leuchtet nicht mehr, weil ich erst Zeug rausgenommen habe. Ja, ja, es ist Zeug rausgenommen. Oh, fuck, das Essen brauche ich auch. Ah, ich habe ja noch Karotten. Aber wir könnten eigentlich gleich da so, äh, zwei, ähm, Fackel nebenstellen, dann leuchtet's wieder. Das stimmt. Aber nicht mehr so schön im Himmel mit dem... Wobei du kannst, ich glaube, du kannst ja... sowas irgendwie... Es gibt für die Fackeln auch irgendwie einen Schraubendreher oder sowas, den du dann craften kannst und dann, äh, kannst du die Fackeln auch noch verändern. Also, ich lieg im Bett. Ja, ich bin auch gleich da. Da geht's bei hellig Tag weiter. Jawohl, das hat geklappt. Sehr gut. Ein Stück. Ja, ich bin noch satt. Wie gesagt, ich glaube, hier würde ich, in die Ecke würde ich hier die Küche reinmachen, denn wir müssen auf jeden Fall... Ich bin schon raus, ne? Ja, ist egal. Ich komme noch was. Ich bin schon raus. Äh, ja. Äh, ne Küche bauen. Denn es gibt so Sachen, ja, so wie Kochgeschirr und ein Herd und Töpfe und all sowas, Pfannen und dann kannst du richtige Mahlzeiten kochen, ey. Das ist voll genial. Ich zeige euch das gerade mal, wenn ich das jetzt hier finde unter den ganzen... Und Töpfe würde ich dann da lassen, wo ich jetzt schon diese Erdblöcke hinnehme. Ja, wobei, vielleicht machen wir es etwas größer und breiter, oder? Ja, ja. Also nur für den Platz halt, ne? Ja, für den Platz finde ich es okay. Das sind richtige Stufen und alles. Ah ja, hier. Wenn man sich das mal anguckt, ich habe jetzt hier die Seite offen, was es alles an Mahlzeiten gibt, die man so kochen kann. Also, du kannst hier unten zum Beispiel Barbecue Pulled Pork oder Sunday Roast oder Roast Potatoes oder Roast Chicken, Colossal, ein Colossal Burger kannst du bauen, es ist Bacon Pie, ein Jim Jelly Sandwich, Blackberry Jelly Sandwich, also dem ist keine Grenze gesetzt. Was du alles an Essen kochen? Krass, ein Cheeseburger. Kannst ein Cheeseburger bauen. Brauchst Hamburger, den machst du quasi mit Toast, mit der Pfanne und mit Fleisch. Und dann kannst du da raus, wie mache ich denn, einen Cheeseburger oder einen Bacon Cheeseburger. Da kriege ich voll Hunger bei. Ich auch. Wie baue ich denn Käse? Käse baue ich aus einem Pott, Salz und Milch. Wo kriege ich denn Milch her? Wasser plus Pumpkin Seeds und Zucker. Ja, das ist die typische Milchzutasse. Ja. Das ist Sojamilch, Junge. Sojamilch. Ich kann auch andere Dinge. Ich kann auch... Kühe kann man die nicht melken? Keine Ahnung. Es ist der Hammer. Ja, bestimmt kannst du auch Kühe melken. Ich wüsste nur nicht wie. Das ist auf jeden Fall der Hammer, was man da alles machen kann. Oh, guck mal hier. Ein Schwein. Ich habe ein Schwein in unserem Beet gefunden. Im Beet? Ich habe es vorhin noch im Wasser gesehen. Ne, jetzt ist es in unserem Beet. So, wieder ein Kompost. Irgendwie konnte ich zoomen. Ah ja, genau. Wie konnte man zoomen? Ich weiß nicht. Ich habe es ja umgelegt auf Q. Für die Linkshänder. Ach ja, du bist ja... Mal schauen. Z oder so oder O oder irgendwas. Ja, Z. Korrekt. Kann man schöne Zooms machen. Ja, wenn man das Essen kocht, dann hält der Appetit auch leer. Also dann ist man nicht so schön. Ja. Man wird wieder hungrig. Ja. Also wenn man uns diese Mahlzeiten... Ja, ja. Da oben ist das Kreuz. Da seht ihr es. Da ist es. Das ist der Tink-Sund. Nein, würde ich nicht tun. Ja, ein paar Folgen vorher, also vorletzte Folge müsste das sein, sieht man es ja. Das stimmt. Man sieht es ja. Du warst... Wie es hinstellt und zweitens wie es leuchtet. Ja. Ja. Korrekt. So. Was können wir denn da noch anpflanzen? Haben wir noch was in unserer... Ach, wir haben noch so viele Sachen in unserer Pflanztruhe. Was pflanze ich denn da mal an? So, wenn... Lettersquad, Mushrooms... Nee, Pilze nicht. Seaweed, Pineapple-Seed, Bamboo-Shot, Cronberry, Blueberry, Blueberry. Ah, komm, wir pflanzen da Blueberries an, oder? Blaubeeren. Pflanzen an was geht, oder? Ja, ich hab nur... Das Problem ist, ich hab im Moment die Qual der Wahl. Äh... 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 Ah, komm, wir machen da Blueberries hin, so. Blueberries. Zack. So. Ja. Blaubeeren. Ähm... Und dann wollte ich noch gucken, hab ich denn hier nicht mal einen normalen... Nein. Äh, kannst du mir vielleicht einen Baumsamen mitbringen? Ja, da hab ich... Einen Sapling, das wär gut, dann pflanze ich uns nämlich mal einen Apfelbaum. Ja, jetzt nur hab ich... Ja, da steht schon... Beispiel schon... Da hab ich alles Holz, hab ich alles Holz hab. Mach mal das. 20 Baumsamen, hör ich. Das ist gut. Kann man kompostieren? Hm, die meisten davon auf jeden Fall, aber... Äh, einen hätte ich ganz gerne. Ja, bereits... ...15 oder 20 kompostieren, ist dann auch schon. Wurstig... Ja. Äh, dann... Äh, pflanzt die uns nämlich schon mal einen Apfelbaum. Ah, jetzt hab ich sogar 22. Guck mal, der bringt sogar einen Apfel mit. Ja. Ich kann dich hier sehen. Das ist krass mit dem Schuh, ne? Das ist total geil, ja. Irgendwie konnte man auch unten die Leiste noch ausblenden, da gab's auch einen Shortcut... ... mit F1. Tatsache. Geht aber auch dein Ding weg. Hier, dein Kreuz. Das macht nichts. Ich wollte nur so schöne Kamerafahrten machen. Na. Gib mal den Baumsamen... ... und den Apfel auch. Dann gib mir zwei Baumsamen und zwei Äpfel, bitte. Also, äh... ... den Apfel und den... ... zwei Baumsamen, ja. Danke. Weil, die kann man nämlich kombinieren... ... und wenn man die kombiniert hat... ... bekommt man Apfelbäume. Ich glaube, die Musik... ... ja, man hört's. Du bist ja ein bisschen krrrrrr. Ich würd' sagen, die pflanzen wir hier vor's Haus, oder? Oh, ich hör'n was. Oh, der Tobi, der... ... leckt. Bei mir leckst du. Und ich versteh' dich fast nicht. Jetzt bist du wieder normal. Okay. Ja, bei mir warst du derjenige. Ja, haben wir beide gemickt. Schaut gut aus, da würd' ich sie lassen. Ja, ne? Denk ich auch. So vorm Haus, so Apfelbäume, find ich gut. So. So, was brauch' ich jetzt? Ach ja, genau. Ich wollte ja die... ... Decke fertig bauen. Was mach' ich denn mal? Machen wir schon wieder... Ah, guck mal, wir haben schon wieder... ... jede Menge Kompost hier. Kann man das kompostieren? Ja, das auch. Perfekt. Und dann geh' ich... ...huch. Äh, selber auch mal Bäume, noch ein paar Fällen... ...für, ähm, Gartenzäune hier. Jo. Ach nee, jetzt wird mir ein Brett. ...huch. Zack. Treppe hier anordnen wollen. Höhle in der Nähe ist natürlich auch nicht schlecht. Ich könnte natürlich auch auf eine Höhlen-Tour gehen. Wobei, dafür müssten wir uns erst gut ausrüsten. Erst gut ausrüsten. Sonst überleben wir das nicht. So. Axt habe ich noch gut standen. Gehe ich mal ein paar Bäume selber, ein paar Bäume fällen. Ah, du Scheißgrille. Eigentlich sollte man hier den besten Holzbrücke drüber bauen. Auf jeden Fall nicht so viel Energie beim Schwimmen verbrauchen. Ja. Ja, wahrscheinlich kann ich so dumm. Du bist drin, sollte rein. Okay. Kannst du ja machen, wenn du willst. Nö. Gerade nicht, danke. Ich baue jetzt mal hier die Treppe und dann schauen wir weiter. Mach das. Das ist ein Zapling. Ah, hier sind Strawberries. Die nehmen wir mal mit. So, als nette Mahlzeit zwischendurch. Wo wollen wir denn die Treppe bauen? Huch! Oh, hier geht aber runter, ey. Zack. Zack. Tschüss Baum. Zack. Dann kann ich ja mich unseren Garten schon mal einzäunen. Jo. und da vielleicht auch schon mal Fackeln draufstellen. Dann sieht's besser aus. Hm. Okay. tnak. Und da ist die Hose. Ich habe ein paar Diener.